Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin QLB100, der mit der Zahl in den Rang, wir spielen Suicoden 2 und wir sind zwar ein Gefangener, werden wir auch gut behandelt werden, kann man ja nicht anders sagen, und jetzt hat sich unser Freund, den wir verloren haben, wieder zu uns gesellt, Gott sei Dank, er hat überlebt und jetzt sind wir beide Gefangenen und unsere größte Sorge, zumindest die von der Welt, Joey ist, wie ihr lesen könnt, diese, ob wir seine Karotten haben wollen. Wollen wir sie? Okay, wir können nicht drüber entscheiden, schade. Oh, es ist dunkel. It's just about time. Alex, let me see what you're holding. Are you going to try to escape? Why? Okay, ich könnte jetzt fragen, was, aber ich glaube, er hat schon vor zu escapen. Of course, they won't expect us to make a run for it so soon. Ah ja, aber sie, also off guard, catchen. Let's see. Flint, oily rag, row. Excellent! This'll do just fine. But first we have to get out of here. Alles klar, MacGyver, machen wir aus nem öligen Tuch und ein Seil ein Escape-Werkzeug. Just bend this spoon like this. Ah, deswegen wollt ihr den Löffel, das ist ja raffiniert. Ah, schnell aus nem Löffel in Dietrich geboren. Alright, it's open, they won't catch us this time. Ähm, schlafen die alle? Ist hier jemand? Ne, ist keiner. Die schlafen anscheinend alle. Oh mein Gott, versteckt euch! Puh, ich bin alle aus dem... War das ein Gähner am Schluss? Die Tür ist lockt. Gib mir die Rage und die Flinde. Ich werde das einfach aufgeladen. Tatsächlich. Das war ein Wurf. Make me fit. Huh? Was ist das Geräusch? Waaaaah! Okay, sie haben gemerkt, dass es brennt. Okay, let's go, Alex! Wohin? Aha, die Tür... Wir gehen einfach mal hoch. Must be a way out. Alex, they are catchers. Let's escape to the veranda. Let's escape on the veranda. Okay. Wir haben ja noch das Seil, ne? Da ist wieder die Maske. Alex, give me that robe of yours. Okay, good. I'll go first. Ach, super. Ich liebe es! Die Grafik ist einfach toll. Crisis 3 am Arsch. Schön, wir sind erfolgreich in Kommen. Alex. On the night of the attack, when... When I think about Captain Raud and the man he was talking to, it might be dangerous in Kayaro. Er hält's für gefährlich in Kayaro, äh, oder Kiaro. Äh, ja, eben wegen dem Verhalten des Generals und des Captains und so, ne? But I still want to go back. Your sister Nanami is waiting for you there, too. Ja, Nanami is auch dort. She's probably worried about you. Let's go back to Kiaro Town. It's too dangerous to go back. Na klar gehen wir da zurück. Was soll man sonst machen? Arsch mit Fäusten kloppen das. Yeah. That's where we grew up. Can't forget it so easily. Okay, auf nach Kayaro. Aber wo ist Kayaro? Wir suchen uns einfach mal. Vielleicht führt der Weg uns dahin. Oh, oh my God, Zufallskampf. Shit. Bribe? Können wir die bestechen? Wir machen Fight. Wir machen Unite. Weil der ist krass. Ist es okay? Fight. Keblash. Yes. One hit. Eiskalt. Level 4. Juhu. 30 Potsch plus. Äh. Pff. Wo ist dieses, diese Stadt? Okay, wir haben auch keine Umgebungskarte oder so. Dann müssen wir einfach damit leben, dass wir ein bisschen umherieren. Umherieren. Keblash. Krasser Soundrauscher. Jetzt haben wir es wieder. Alter Schwede. Nee, da kann doch nicht stimmen. Wir müssen doch nicht so weit hier rüber laufen, oder? Oh, eine Bridge. Ist das Kayaro? Oh, wir werden es nie rausfinden, weil uns Wuscheltypen den Weg versperren. Los! Top-Schlag! Kebläm! Schön. Immer noch Level 4. Und wir haben 1100 Potsch. Potsch ist meine Währung, ey Wahnsinn. Radar Town. Oh, das ist auf jeden Fall falsch. Ich drehe wieder um. Jesus. Gut, äh, versuchen wir es nochmal. Gehen wir einfach mal nach Süden. Vielleicht kommen wir aus dem sonnigen Süden. Ja, uraltes JRPG-Problem. Auf den Weltkarten war es dann immer so ein bisschen, äh, orientierungsfrei. Das war so die Anfänge des Open World, quasi. Juhu, Level 5. Na, immerhin lohnt sich ja das Kämpfen. Gut, dann kämpfen wir ein bisschen. Tut mir leid, dass ich immer denselben Angriff mache, aber der ist relativ, äh, versteht er effektiv. Und warum dann riskieren? Hallo? Chiarell? Hier ist auf jeden Fall die Straße. Oh, oh. Oh, diesmal sind vier. Äh, wir könnten mal die United Tech versuchen. Es ist so lustig. Tut mir leid, wenn ich mal solche irgendwelche Kampfgeräusche dazu mache. Ich mache es einfach gern. Was soll ich sagen? Okay, da kommen wir her. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal nach unten laufen? Oh, Kampf. Das ist ja toll. Unite. So kann man wenigstens schnell... Ich glaube, wir werden noch sehr viel kämpfen. Also denkt euch nichts, wenn wir jetzt hier über die Kämpfe relativ geschmacklos abhandeln. Auch wenn mir diese United Animation einfach sehr gut gefällt. Keine Ahnung. Das ist mein Schüssel. Hier ist auch nichts. Vielleicht müssen wir auch trotzdem wieder durch Ryubi. Kann das sein? Ja, hier ist alles voll mit Wald. Ich glaube, wir müssen tatsächlich durch Ryubi Village laufen. Oh ja, da kann man dann auch gucken, ob vielleicht jetzt dieser Zirkus oder was auch immer da schon... schon aufgebaut ist. Vielleicht macht das ja Fun. Ja. Hin und wieder mal Soundbugs. Es tut mir sehr leid. Aber generell können wir uns ja nicht besperren. So, Ryubi. Zeig mal, was du kannst. Können wir mal wieder speichern. Oh, ist hier los? Oh, das Ding ist fertig aufgebaut. Wir speichern. Und dann gucken wir uns das an. Ja, ja, ja. Speichern. Das erinnert mich an Pokémon. Pokémon. Truff drüber. Peng, Puff. Ja, Wollingen. So. Oh, vielleicht hat der alte Mann schon wieder was Neues zu sagen, vielleicht. John Hu! Alter Mann. What the? Where did everyone go? Ja, die sind ja draußen und haben ihren Pfann. Schlecht, dass du das nicht mitgekriegt hast. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie hieß er? Borgang. Eili. Okay. Now for our next performance. Let's see. Okay. You over there. Yes, you. Wer? Ich. Tatsächlich. Hallo, Eili. Wir kennen uns. Ich hab dich vorhin schon mal angequatscht. Komm mir nicht so an. Du bist ja fies. Okay. You're the right height. And you've got a cute face too. Come here. Hurry, hurry. Hey, 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 Alex. Hm. Die da hinten spielt schön Karten. Das ist ja auch cool. Oh, mein Gott. Die fesseln mich an den Baum. Ernsthaft? Everybody. Our main event. Oh, ich bin die Hauptattraktion. Um. Here she is. Our knife-throwing expert. Hey, that's not how I told you to say it. Um. Here she is. The beautiful and famous knife-thrower Eili. Feast your eyes on her magnificent face and form. Lol. Mädchen wirf nicht an die Mackenziell Domein. Please don't move. She hasn't been doing too well lately. Ja, toll. But don't worry too much. I've got some good medicine. Ha. Das ist ja klasse. Was ist das denn? Eine Melone. Here we go. Don't move. Have a hair to the right. Have a hair to the left. Don't move. Oh, Gott. Alle fanden es toll schön. Oh, mein Gott. Okay, ich will mal versuchen, was passiert, wenn wir uns bewegen. Move a hair to the left. Ouch. Oh. Bin ich tot? Ich bin tot. Hat sie mich getroffen? Verdammt, was wäre passiert, wenn ich nicht bewegt hätte. Woo. Danke, dass du okay bist, Alex. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Boah, Gott. Es ist schon der Name allein schon. Meine Herren. Wir sind zurückgeblieben, oder? Boah, Gott. Toll. Hey, das ist mein Freund Alex. Wir sind auf die Kajarotown in Highland. Hey, so are we. Wir sind alle die Villagen hierher. Es ist Zeit für etwas Neues. Die Problem ist... Hey, das finde ich eine großartige Idee. Yeah, it's okay with me. How about you, Alex? Of course. Es ist mein Applaus, zu travel with such a beautiful lady. Na, das machen wir. You're a smooth talker. Woah. Es gibt schon wieder Soundbugs. Ich überrede das einfach. Great. Thanks a lot, Alex and Joey. Bogan happy. Bogan ist also happy. Eili joins party. Rina joins party. Die eindeutig auf Magic spezialisiert ist. Bogan. Der sehr stark ist. Okay. Gut, dann haben wir es doch. Change formation. Yes. Wie machen wir das? Booyah. Booyah. Der ist short ranged. Also wechsle ich den mit... Ja, genau. Weil ich glaube, S steht für short, M für middle und L für long, habe ich glaube ich. Das hat mit der Distanz, in der sie kämpfen können, zu tun. Deswegen kommen die middle und shorts vorne hin und die longs hinten. So machen wir das. So, dann haben wir unser... Unser Pfund an Leuten ja gefunden. Hey, was machst du hier? Oh, what a shark. Ich lebe ja noch. Sie sind alle haben überlebt. So do you like Ryubi Village? Clean the air around, I tell you. Der mit seiner Ehr und seinem Wasser. Okay, okay, okay. Sack. Das kostet sogar hier 70 Blots per Person. Hättest du richtig gelesen? Ich weiß nicht, ob ich richtig gelesen habe. So, sagst du hier schon was zu mir? Du siehst das speziell aus. Irgendwas musst du doch haben. Wo ist dein Bohnepart, hey? Ich bin so worried. Was hat die Frau für ein Problem? The border rumor was a lie. I just knew... Oh, spricht sich rum. Das ist eine Erfindung mit der Surprise-Attack. State is no reason to break their promise. That's comforting. Gut, das ist... Ja, das ist allerdings schön. Wenn wir schon einen Friedensvertrag machen, sollen sich damit auch beide dran halten. Da war ein Komplott im Gange. Ähm... Aber wir haben ihn wohl abgewandt. I don't know where that monster came from. Believe me, you should stay away from this place. Nice. Ja, du hättest mich jetzt durchlassen müssen. Das wäre unser aller Rettung gewesen. Gut, Kinder. Ich würde aber trotzdem mal vorschlagen, ähm... Der Part ist nämlich zu Ende. Ich speichere jetzt nochmal, lustigerweise. Nein, don't stay. Und das war dann der Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Suicoden 2 wieder. Bis jetzt klappt das eigentlich alles relativ gut. Ähm... Und dann bin ich mal gespannt, was wir so... Wenn wir da hingehen, aufdecken. Werden wir dem Mistmonster vielleicht begegnen? Wer weiß. Ich bin QLPN100, der mit der Zahl entlang. Suicoden 2 wird gespielt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sag tschüss und bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020